Uwahaha, Gras Faki ist am Start. Was geht dazu, Leute? Herzlich Willkommen zu einem Infovideo. Natürlich wieder ohne Maske. Die Maske werde ich aber dann bei dem Video anhaben, was ich... über was es geht. Also, Halloween Special werde ich wahrscheinlich machen. Relief. Ich werde hier durch unsere kleinen Arsch aufgehen. Natürlich mit diesem Umhang wahrscheinlich. Damit es nicht so kalt ist. Und... mit der Maske. Das Ganze werde ich auch nehmen. Vielleicht mit ein paar Kumpels. Vielleicht auch nicht. Vielleicht alleine. Ich muss mir noch ein paar Gags ausdenken. Und hier. Das war's eigentlich auch schon wieder. Und ja. Ähm... Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Puh. Ja. Das war's dann. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.